Ladies and Gentlemen, welcome to our daily, weekly, I mean, Jay, maybe you want to introduce. Ladies and gentlemen, willkommen bei dem Podcast, warte, dem eigentlich ganz guten Podcast mit Jay und Aria. Mein Name ist Jay. Sollte ich das nicht immer machen? Gerne, immer. Ah, okay. Aber du musst trotzdem sagen, dass du und er heißt Aria. Genau, das bin ich. Ja, wir sind wieder da in einer neuen Podcast-Folge. In einer, in der neuesten. In der neuesten Podcast-Folge. Es sei denn, es gibt eine danach, dann ist es nicht die neuesten, oder? Aber das ist nur ein Special-Ding, nur für die Leute, die das sehen, bevor ein nächstes Podcast rauskommt, ist es das neueste Podcast. True. Ja, seht ihr alles nur für euch? Haben wir gerne gemacht. Heute reden wir über ein paar spannende Dinge, zum Beispiel, Aria, warum war vorhin dein Hosenstall offen? Dafür könnte es einige Gründe geben. Müssten wir in einem Ausschlussverfahren ausselektieren, aber ... Gibt es denn bestimmte Dinge, die nicht in Frage kommen? Nicht in Frage kommt zum Beispiel, dass ich das einfach übersehen habe und ganz lange offen hatte. Warte, das kommt nicht in Frage. Das kommt nicht in Frage. Das heißt, es war Absicht. Oh, ähm ... Ich meine, vielleicht war das modebewusst ... Kunst? Kunst. Ja. Aber vielleicht reden wir auch über andere Sachen als mein Hosenstall. Wie was damit? Es war halt das Einzige, was mir gerade eingefallen ist. Es gehen niemals die Themen aus. Für die, die es nicht wussten, ich war in London. Ah, stimmt! Ja. Was lustig ist, weil ... Du hast was ziemlich Cooles gemacht, ja. Bei einer letzten Folge warst du in London. Stimmt. Ja. Vielleicht können wir uns nochmal abwechseln. Ja, können wir machen. Ja, das ist aber auch echt lustig, weil ich habe halt ein paar Fotos da gemacht in London, die mir gefallen haben so. Und es waren so halt so sechs, sieben Stück. Und die habe ich halt so mit der Zeit immer wieder so alle paar Tage gepostet. Ja. Und so, ich kriege so Nachrichten und Kommentare so, hä? In euren Videos seid ihr in Deutschland, aber auf euren Fotos seid ihr irgendwo woanders. Wie geht das? Ja, was Leute halt manchmal vergessen ist, dass man auch Bilder einfach später posten kann. Ja, das ist ziemlich möglich. Also, ist keiner auf die Idee gekommen? Scheiße nicht. Und ich glaube, so Leute denken ja auch immer, wir sind zusammen. Und ich war zuerst in London, dann dachten die bestimmt, wir sind in London. Dann warst du in London und die dachten auch, wir sind in London. Ja, okay, aber das ist wirklich ein bisschen verwirrend, glaube ich. So, warum wechseln wir uns dann ab? Warum geht der eine London der andere? Wir haben keinen Bock, gleichzeitig im gleichen Land zu sein. Moment, ich bin an der Reihe, nach London zu gehen, okay? Du bleibst schön hier. Ja, Mann. Ja, was hast du denn da in London gemacht? Ähm, ich habe einiges gemacht. Aber bevor du sagst, was du so gemacht hast, kann ich sagen, was du mitgebracht hast. Was habe ich mitgebracht? Jay hat mir einen Rick and Morty Comic mitgebracht, auf den ich noch sehr gespannt bin. Mhm. Chin-Chan Crisps, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber die waren lecker. Hast du gegessen? Ja, die waren echt schnell vorbei. Und hat mir Harry Potter Jelly Beans mitgebracht. Hast du die probiert? Digga, ich hatte Babywindeln. Besser als Erwachsenenwindeln? Nee, eigentlich nicht. Nee? Ich hatte das Thema neulich mit irgendwem, ich glaube, Babywindeln sind schlimmer. Warte mal, du hattest genau dieses Thema schon mal. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals darauf zurückkommen kann. Aber ja, ich glaube, Babywindeln sind schlimmer als Erwachsenenwindeln. Nee, Mann. Doch, weil die haben so ein hintertückisches, die haben noch so eine extra Duftnote, die so Babymilch oder so, weißt du? Aber das Ding ist, Baby-Schiss ist noch unschuldiger Schiss. Das ist so was, was haben die gegessen? Vielleicht so ein bisschen Babybrei oder, oder keine Ahnung, oder so Muttermilch oder so. Okay, Muttermilch ist vielleicht auch seltsam. Aber besser als ein Erwachsener. Der so Burrito-Heften gegessen hat. Ja, und das ist jetzt da drin. Aber vielleicht ist auch so, du denkst, es ist unschuldig und dann so, it hits you from the back. Und deswegen ist es noch schlimmer. Bei Erwachsenen erwartest du es so, weißt du? Da bist du schon so, und bei Babys so, oh. Oh, wir reden gerade über den Geschmack, ne? Wow, was? Nein, es geht in erster Linie um den Duft. Ich habe ja nie was anderes probiert. Ah, na, du hast die doch gegessen, die Bohnen. Ja, okay, aber das war die Bohnen. Ich hätte es doch keine wirkliche Baby-Schisse. Ach, ich dachte, wir reden über den Geschmack. Wait a minute, woher hast du dann deine Erfahrung? Ich habe keine. Ich habe es ja noch nie probiert. Aber ich würde mir vorstellen, dass Baby-Windel, wow. Warte mal, ist das der Titel Baby-Windel oder Erwachsenen-Windel? Was ist schlimmer? Meinst du jetzt der Podcast-Tipp? Ich glaube, es kommen noch so einige Themen, die wir... Ja, vielleicht, okay. Aber jedenfalls... Jedenfalls kannst du erzählen, was cooles da in London passiert ist. Bevor ich erzähle, was ich da gemacht habe, ich habe eine Story, die ich erzählen will, als ich auf dem Weg zurück war. Okay. Sie beinhaltet einen wütenden Franzosen. Wütende Franzosen-Stories sind die besten Storys. Also, okay, ich war auf dem Weg zurück. Ich hatte halt meinen Koffer und bin zum Bahnhof gefahren. Victoria Station heißt das. Und von da kommt man halt direkt zum Flughafen. Und weil ich halt meinen Koffer hatte, denke ich mal, hat man schnell erkannt, dass ich halt zum Flughafen gehe. Und deswegen lief halt dieser Typ neben mir. Und meinte plötzlich so, ähm, Airport? Also, das war kein französischer Akzept. Syrisch. Keine Ahnung, ich kann es nicht. Auf jeden Fall, ich mache es jetzt einfach auf Deutsch. Aber er meinte halt so, ah, Flughafen? Und ich so, ah, ja, genau. Und er so, ah, okay, ja, ich auch. Ich so, ah, cool. Und er, keine Ahnung. Und dann meinte er so, ähm... Dann können wir jetzt Freunde sein. Er meinte so, ja, ich war eigentlich mit meinen... Also, er hat auf einmal angefangen, mit mir zu reden. Er meinte so, ja, ich war eigentlich hier mit meinen Freunden verabredet. Aber, ähm, die sind irgendwie nicht gekommen. Und jetzt habe ich deren Bahntickets noch. Ähm, deswegen hier. Und er drückt mir einfach so sein Bahnticket in die Hand. Okay. Und das Ding ist, da gibt es einmal so einen normalen, äh, Bahn... Also, quasi wie öffentliche Verkehrsmittel. Den, das hätte ich halt genommen. Damit braucht man so vielleicht 35 Minuten zum Flughafen. Ah, und dann gibt es noch diesen Express. Genau, es gibt noch den... Das ist echt schnell. Also, der dauert 20... Nee, 15 Minuten. 15 Minuten, ja. Genau. Ähm, ist schon schneller auf jeden Fall. Aber, ähm, genau. Ich hatte halt... Er drückt mir das halt in die Hand. Und so, ich hatte es einfach in der Hand. Und ich so, ah, okay, danke. Äh, weil, keine Ahnung. Und dann meinte er so... Und dann kommt es nämlich... Du weißt genau, was jetzt kommt. Er meinte halt so, ja, genau. Ähm, die haben 35 gekostet. Das heißt, gib mir einfach 30. Und ich so, ah, okay, scheiße. Ich hab das jetzt schon in der Hand. Und dann meinte ich so, ah, nee, alles gut. Wolltest du ihm so zurückgeben? Und, äh... Und er so, no, 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 no. No, 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 no. Take it, take it. Und ich so, no. Weil das Ding ist, ich hatte halt schon ein Ticket. Das hast du schon bezahlt? Ja. Okay, verständlich, dass du nicht noch eins wirst. So, ja, for free, okay, dann nehm ich das jetzt. Aber, und dann war ich halt so ein bisschen suspekt. So, okay, warum... Nicht, dass es hier so ein illegaler Shit ist. So, was ich meine, so, er hat es irgendwie hintenrum gekriegt. Und ich wollte so keine Probleme. Und da war ich so... Vor allem, sie waren auch viel zu teuer. Und ich war nicht mal spät dran. Naja, okay. Ich hatte voll viel Zeit eigentlich. Es war nur so, ah, okay, for free. Und ich wollte es ihm die ganze Zeit zurückgeben. Und er war so, er war so richtig so, nein, nein, nein. Und vor allem so, sein Blick war auf irgendwann richtig traurig. Er war so, no, please, I need the money. Und jetzt war ich so, ah, fuck, man. Was mach ich jetzt? Aber dann hab ich einfach so, no, it's cool. Und hab so, ihm das auch so in die Hand gelegt. Und seine Reaktion, er hat dann aufgegeben anscheinend, seine Reaktion war dann einfach, okay, fuck you. Und ich war so, hä? What? Das war so, vor allem, das alles war so innerhalb von so ein bis zwei Minuten. Und es ging von, ich kannte diesen Typen nicht, zu, ah, der ist ja überfreundlich, schenkt mir das einfach. Zu, ah, okay, er will mich vielleicht abziehen. Zu, was hab ich gemacht? Das war voll komisch. Die Franzosen-Stories. Ja, genau. Und die Moral von der Geschichte? Trau dem Franzosen nicht. Wow. Der, die eine Karte in London verkaufen wird. Nur dem sollst du nicht vertrauen. Nur dem nicht vertrauen. Falls er ein Baguette andrehen möchte, dann, äh, oui, oui. Das ist der Franzosen-Story-Story-Story-Story-Story-Story. Den kann ich leider nicht. Genau, aber, ähm, war auf jeden Fall eine crazy Story. Ähm, hast du jemals, hast du jemals, das, ein Zusammentreffen mit irgendjemand seltsam draußen gehabt, wo du... Oh. So einige. Ja? Ja. Also ich hatte sogar so was ähnliches, als ich neulich mit meiner Femme, also mit meiner Femme im Sinne von meinen Eltern und meinem Bruder, nicht so meine Frauen und Kinder, die ich nicht habe, bin ich nach Hamburg gefahren und auf dem Weg fragt irgend so ein Typ mein Vater nach dem Weg nach Italien. Und zwar, wenn mein Vater den Weg nicht kennt, er kennt den Weg immer. Mein Vater kann nicht sagen, er kennt den Weg nicht. Also hat er einfach irgendeinem Fremden den Weg nach Italien gesagt und ich wusste nicht, woher will mein Dad wissen, wo es nach Italien geht. Warte, dein Dad wusste es oder er hat nur so getan, als er es wusste? Also offiziell wusste er es, aber ich bin mir nicht so sicher. Und der Typ, wollte er wirklich nach Italien? Not really. Nein? Na, da kam der Twist, weil ich war noch erst zu meinem Dad so, Papst, wieso, warum sagst du irgendeinem armen Typen, wie er nach Italien fahren soll? Woher willst du es wissen? Doch, doch, ich weiß. Ich weiß eh mehr wo Italien. Ja, dein Dad ist halt freundlich. Es sei denn, er schickt dich so nach, weiß ich nicht so. Ach so, ja, wenn er nicht weiß. In die Türkei und... In deinem Gesicht ist er immer freundlich. Oder er versucht zumindest freundlich zu sein. Jedenfalls kam dann plötzlich der Twist und er fragt meinen Dad, schau mal, ich habe diese drei Uhren, magst du kaufen für 25 Euro? Ah, okay. Warum hast du drei Uhren und warum willst du die für 25 Euro verkaufen? Nein, nein, ist eine sehr teure Uhr. Hat er den gleichen Akzent wie dein Dad gehabt? Nein, irgendwie nicht, ich war noch bei meinem Dad irgendwie so. Wir sind heute sehr akzentrassistisch. Ja, wir sind sehr akzentrassistisch. Also, nicht heute, ich bin das immer eigentlich, oder? Ah, einfach generell rassistisch. Ja, akzentrassistisch, nicht einfach rassistisch. Verstehe. Ich liebe Menschen aller Nationen und aller Religionen. Aber die Akzente, die geben... Aber die Akzente, ich finde die halt cool und lustig, deswegen rede ich so. Ja, jedenfalls, und dann, und das Ding war, mein Vater wollte die kaufen. Nein. Ich so, Dad, warum? Also, kostet nur 25, sind drei Stück. Ich so, ja, aber du wolltest jetzt doch gar keine Uhren haben, was willst du mit drei Uhren, selbst wenn die nur 5 Euro kosten? Wobei man dazu sagen muss, das klingt nach gar nicht so einem schlechten Deal. Ja, Mann, aber ich hatte schon einige komische Menschen auf jeden Fall so, ähm, ich erinnere mich gerade nicht, aber auf jeden Fall hatte ich auch schon so Sachen wie so, Leute kommen zu einem, sind freundlich und dann so, you know what, fuck you, fuck you in Germany. Warte, war das der gleiche Franzose? Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht war er da ein Italiener. Vielleicht ist er auch so ein Akzent, ähm, so ein, der so, der so, ach so, der so jeden Akzent drauf hat? Ja, ja, genau. Wir wissen ja eh nicht, was der richtige Akzent ist, von daher. Deswegen weißt du, was ich meine. Ja. Aber, was ist, was ist vor dem Franzosen geschehen? Was ist vor dem Franzosen geschehen? Ähm, also ich war, der, der Hauptgrund, warum ich in London war, war, weil ich mir das Stück Harry Potter and the Cursed Child, Harry Potter und das Verwunschene Kind, angeschaut habe. Teil 1 und 2. Ganz kurz, warum heißt es eigentlich so, das Verwunschene Kind und nicht das Verfluchte Kind? Hm, weil es vielleicht so, ah, dieses Verfluchte Kind. So, was ich meine, so, vielleicht wollten ich es deswegen. Verstehe. War jetzt so. Not really, aber okay. Hä, nein? Harry Potter und dieses Verfluchte Kind. Ja, aber wer sagt das denn so? Ja, theoretisch. Und vor allem, es wäre ja das und nicht dieses. Harry Potter und dieses Verfluchte Kind. Ja, okay. Da hängt doch gleich noch ein Mensch ran. Und das Verfluchte Kind, Mensch. Ähm, ja, aber keine Ahnung, ich kann dir mal fragen, nächstes Mal, wenn ich da bin. Das Stück kommt nächstes Jahr. Nach Deutschland? Oder übernächstes, nach Deutschland, ja. Oh. Aber. Und allemand? Ja. Aber ich wollte es lieber auf Englisch sehen. Oh, cool. Und habe deswegen, bin ich in ein anderes Land geflogen. Sind da coolere Schauspieler mit dabei, so? Äh, also jetzt meinst du so bekanntere? Ja. Also, alle, ich habe so eine, ähm, es gab einfach so ein Heft, wo alle Schauspieler aufgelistet waren und da stand dann so daneben, was die so alles gemacht haben schon. Anscheinend sind die so schon viel rumgekommen, so im britischen Theater und Fernsehen, aber ich kannte jetzt keinen davon. Okay. Ähm, aber das Stück war crazy, war richtig gut, also, seitdem, das habe ich schon auf Instagram gesagt, ähm, man muss ein bisschen differenzieren zwischen dem Stück als Gesamten und der Story an sich, weil die Story, also die Story ist sogar cool, aber das Problem ist, innerhalb des Harry Potter Universums, es sind so paar Sachen, die eigentlich, die nicht passen, falls du verstehst, was ich meine. Okay. Also, wenn es als alleinstehende Geschichte... Sachen, wie sich Charaktere eigentlich nicht verhalten würden. Genau, Charaktereigenschaften und auch so bestimmte, ich sag mal, Regeln oder wie Dinge normalerweise funktionieren, sind plötzlich anders. So physikalische Gesetze der Magie. Genau. Was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil Magie ist... Magische Gesetze der Physik. Ganz genau die. Genau, und die sind halt ein bisschen anders. Physikalische Magie, der... Egal. Gefügelter Drache, das war. Ganz genau der. Okay, verstehe. Das heißt, damit hattest du ein bisschen Probleme, aber die haben es so geil umgesetzt. Also, das Stück an sich, auch die Umsetzung war heftig, von so ziemlich jeder Practical Effekt, den man sich vorstellen kann. Ah, das wollte ich gerade fragen. Also, waren geile... Waren heftige Effekte. Und auch die Schauspieler waren richtig gut und so auch, haben voll krass gespielt und einfach das, wie gesagt, wie es umgesetzt wurde, war einfach richtig cool. Ich habe nur einmal eine Art Magie bei einem Stück gesehen, da warst du, glaube ich, auch dabei, da waren wir bei Flying Illusion, von den Flying Steps. War ich dabei? Nee, ich glaube nicht. Warst du nicht dabei? Ah, okay. Ah, da hast du es nicht geschafft. Ja, das sind ein paar Freunde von uns und bekannte, das ist eine sehr bekannte Breakdance-Crew und die haben auch so eine Show, die heißt Flying Illusion und da haben die, da haben die halt auch das, was richtig cool ist, was ich zuvor noch nie gesehen hatte, das ist einfach Tanz, Breakdance verbunden mit Magie und die haben da halt auch mega viele The Practical Effects gehabt und das war das erste Mal, dass ich auf der Bühne so Magie gesehen habe und das war nicht voll cool und wenn ich jetzt so denke, Harry Potter, wo es halt eigentlich nur um Magie geht, bin ich schon ziemlich gespannt, das zu sehen. Da gab es echt viel, echt viele verschiedene Sachen und auch wie das bestimmte mit Licht und mit Feuer und mit so, wie das alles zusammen gespielt hat, war sehr cool. Gab es auch irgendwann so eine halbdurchsichtige Wand, die runtergefahren ist, damit man so eine Art Hologramme und sowas dahinter sieht? Hologramme nicht, aber... Aber damit so Effekte in der Luft passieren können, die eigentlich gar nicht da sind? Das gab es auch und es gab auch so... Ja, also ich will es nicht spoilern, aber es war ziemlich nice. Ja. Also ich kann es empfehlen. War halt unglaublich teuer. Ich habe auch sehr lange drauf hingespart, seit letztem Jahr so, aber ja. Ja, cool, Alter. Ja, Journey, wir wollten das Stück eigentlich neu zusammen sehen und dann haben wir keine Tickets mehr dafür bekommen, als wir das letzte Mal da waren und dann dachte Jay so... Ich gehe einfach alleine. Ich gehe einfach alleine. Well, fuck you. Fuck you. Du warst doch... Oh, we were. Du warst doch in London. No, no, no. Nee? No. Hättest du doch machen können. Just we. Na. Ich war dafür neulich... Ich glaube, so die ganze Zeit, wo du weg warst, war ich jeden Tag fast im Kino. Echt? Ja, irgendwie... Also schau mal. Here's the thing. Warte mal kurz. Ey, yo, Ari, wollen wir ins Kino gehen? Ja, nee, wir haben voll viel zu tun und so. Und dann, ich bin einmal weg. Wann hast du mich jemals gefragt, wollen wir ins Kino gehen? Ich habe Nein gesagt. Ich würde dieses Angebot nie abschlagen. Du würdest dieses Angebot niemals abschlagen? Das haben wir jetzt hier... Okay, okay. Schwarz auf Weiß. Ja, heute wird generell ein cooler Tag. Wir haben so... Gerade ein bisschen lässig. Podcast Action. Weiter gehen wir mit ein paar Homeboys und Homegirls... Wir schließen uns in einen Raum ein. Für eine Stunde. Stimmt, eigentlich, wenn man irgendwen erklären müsste, was wir jetzt machen, wäre das einfach so... Wir treffen uns und schließen uns irgendwo in einen Raum ein, den wir nicht kennen. Ja. Und wir versuchen da rauszukommen. Wir versuchen rauszukommen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir alle sehr traurig. Aber dann werden wir trotzdem freigelassen. Ja, genau. Ja. Wir gehen in einen Escape Room. Ja. Escape Room ist, für die, die es nicht wissen, genau das, was ich gerade gesagt habe. Man lässt sich in einen Raum einsperren und dann muss man so Rätsel lösen oder sowas in die Richtung. Ja, es gibt verschiedene Themes. Du hast sowas schon mal gemacht, ne? Und da warst du in einer Heilanstalt und da warst du ein bisschen so scary, da ist ein angeblich ein Mörder, der jetzt... Okay. Ich muss dazu sagen, ich bin ein richtiger Schisser, was sowas betrifft. Und so, ich meide so alles, was du, sag schon, so Gruselkabinett und so Sachen meide ich übertrieben. Weil, ich habe das Gefühl, ich werde erschrocken werden, logischerweise, das ist ja deren Job. Und haust dann irgendwie... Und ich schlag jemanden dann. Ich bin dann so, fuck you, Mann! Ich bin ein Bert zum Franzosen dann. Ja, ganz genau. Fuck you! Aber so... Ich weiß es nicht echt. Und so, bei Filmen ist ja was anderes. Aber wenn da so wirklich Leute sind... Ja, ich habe schon mal einen guten Freund vor einigen Jahren, da war ich noch... Ich habe Jahren gerade echt komisch ausgedrückt. In dieser Folge hast du schon sehr viele Sachen komisch ausgesprochen. Lass mich einfach mal so... Diese Folge so... Ist nur die Folge. Sind kleine Easter Eggs, die die dann... Ja, das ist genau. Also, der hat... Schau mal, der hat... Das war seine Schuld. Er hat sich immer in der Wohnung versteckt. Mhm. Und so... Er war plötzlich weg. Aber ich wusste nicht, ob er sich... Also, er war auf einmal weg. Ich habe wirklich nicht gecheckt, wo ist der Typ. Ja. Ich suche so die ganze Zeit nach ihm und sage... Ruf ihn die ganze Zeit so, yo, yo... Wer war das? Kennst du nicht? Da ist Naji. Ah, kenne ich wirklich nicht. Ja, ähm... Da war ich noch 14, 15. Ah, okay. Und dann hast du ihm die Nase gebrochen. Ich habe sie ihm nicht gebrochen, aber so... Die Naji gebrochen. Ich habe ihn die Naji gebrochen. Nee, ich bin so irgendwo um die Ecke... Und so plötzlich kommt er rausgesprungen und schreit so... Buh! Und ich bin so... Also, für mich waren es so gefühlt 5 Minuten, aber wahrscheinlich waren es so eher so 5 Sekunden. Bin ich auf der Stelle rumgehüpft. Und so... Buh! Und dann habe ich einfach so... Es war auch so... Für ihn muss es richtig ausgesehen haben, als hätte ich es voll absichtlich gemacht. Als hättest du so einen Schlaganfall bekommen. So... Ah! So, weil so... Ey, komm schon. Du hast dich 5 Sekunden lang erschrocken. Und dann hast du mich dann erst gehauen. Das war doch eine bewusste Wahl. Und kein... Das Ding ist... Aria erschreckt sich generell immer sehr ausgefallen. Oh! Yo, that's me. Ja. So, entweder kriegst du alles von mir oder gar nichts. Ja, Mann. Und so ist mir schon mal passiert. Ich war auch einmal in diesem Escape Room, wo es halt... Wo es halt scary war. Und da war ich mit meiner Ex. Und da war ich auch noch so ein bisschen so... Yo, Beschützerinstinkt. Und bei diesem Spiel war es sogar so, dass, glaube ich... Irgendjemand, der hinterhergelaufen ist, tatsächlich uns so Geräusche gemacht hat. Und wir waren gerade so in Zeitdruck. Und es war gerade in so einem bisschen gruseligeren Raum. Also, da gab es ja mehrere Räume. Ah, okay. Und da kamen auch die ganze Zeit so Sounds und so. Und ich habe so... Gerade so war ich so ein bisschen so... Ich wusste... Ich meine, eigentlich, weißt du so... Yo, ich bin hier in einem Raum. Da sind irgendwelche langweiligen Mitarbeiter, die so... Hey, so langweilig sind die vielleicht gar nicht. Ja, vielleicht sind die auch gar nicht langweilig. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Einfach mal kurz dissen. So einer richtig dummen, nicht gebildeten... Nein, langweilig wollte ich eigentlich so meinen mit so... Das sind keine Mörder. Das ist für dich gleich langweilig? Also, wenn wir uns in dem Raum bewegen, so... Verstehe, okay. Und so, ähm... Ja, so legale Mitarbeiter, so, die... Warum? Mitarbeiter, Mann. Das sind einfach Mitarbeiter. Wäre es die illegale Mitarbeiter? Ja, die töten mich nicht. Ach so, ich dachte, du meinst mit so... Ach so, nicht so Schwarz-Arbeiter. So Leute, die so aus dem Ausland da sind. Nein. Haben hier einen Abschluss gemacht. Voll langweilig. Und, ähm, es gibt in diesen Escape-Rooms, gibt es ab und zu so eine Gegenstände, die du benutzen kannst, um irgendwas damit zu machen. Zum Beispiel liegt irgendwo oben ein Schlüssel. Ja. Du weißt es aber gar nicht. Irgendwo liegt aber auch so ein Stab. Und so... Okay. Wenn du an den rankommst, an diesen Stab oder den bemerkst, dann kannst du was damit machen. Vielleicht weißt du aber in dem Moment auch gar nicht, was du damit machen könntest oder ob du überhaupt was damit machen solltest. Mhm. Bis du irgendwann herausfindest, oh, mit diesem Stock kann ich, da ist ein Schlüssel, den kann ich so irgendwie runterholen. Okay, verstehe. Und deswegen hatte ich so einen Stock in der Hand. Und ich hab den die ganze Zeit mitgenommen. Und plötzlich kommt jemand, ich war so auf einmal so, ich hab so gemerkt, wie ich auf einmal richtig ready war, irgendwen zu verhauen. Ja. Und dann musste ich das so wieder wegnehmen und war so, okay, chill. Ist wahrscheinlich nur die Mitarbeitin, die so ein bisschen hinterherläuft und versucht, uns so ein bisschen Angst zu machen. Sie dachte sich auch nur so, ich werd zu wenig bezahlt für sowas. Würde ich auch denken, ja, ja. So ein Verrückter. Ja. Ja, okay. Krass, Mann. Hast du generell, ich weiß nicht, ich frage einfach mal, hast du generell schon mal so eine Schlägerei oder sowas? Äh. Ja, aber sehr oft. Ja, aber andauernd deswegen. Ja, aber jeden Tag. Weiß ich jetzt nicht, welches ich erwähnen soll. Sehr, sehr selten. Du versuchst, Gewalt zu umgehen. Ich versuche, Gewalt zu umgehen. Also ich mach, seitdem ich jung bin. Kampfsport? Kampfsport. Kampfsport, äh, aber es ist auch die Philosophie von Kampfsport, also es regt mich auch immer wieder auf, wenn ich, ähm, so Leute sehe, die extra, ähm, Boxen lernen gehen oder Kickboxen. Also meistens sind das auch Leute, die dann, eigentlich, also diese Leute suchen meistens auch nur Boxen oder Kickboxen auf, weil das so, oder MMA, neuerdings halt auch, weil das so straight. Falls wir jetzt irgendwelche Boxer oder Kickboxer haben, die zuhören oder zugucken, dann sind die jetzt zu Hause, ah, Ari, ist das so? Ist das so, Ari? Dann, äh, erzähl mir das nochmal. Ne, ich sag ja nicht, dass alle Boxer so sind, sondern, dass all diese Leute meistens zum Boxen oder Kickboxen gehen, die in der MMA, einfach weil ich denke, dass die der Meinung sind, das am effektivsten, um schnell zu lernen, jemanden auf die Fresse zu hauen. Und das finde ich immer voll, voll dumm und schade, weil, ähm, die Philosophie von Kampfkunst ist es eigentlich, ähm, vielleicht ist es auch das, so, das ist ja mehr Kampfsport und weniger Kampfkunst. Ja, stimmt. Äh, aber die Philosophie von Kampfkunst ist nicht Gewalt anzuwenden, sondern Gewalt zu umgehen. Ja. So, du lernst dich zu verteidigen, aber du lernst auch dem auszuweichen und das eigentlich gar nicht, ähm, das Ziel anzuwenden. Und so, das sieht man einfach auch an einem, äh, guten Freund von uns beiden, nämlich David Schatarski, Shoutout, an unserem Mann. Das ist der, also, lass mich mal ganz kurz erklären, das ist der krasseste Motherfucker on Earth, so, er ist, er ist einfach zu krank, falls ihr mir nicht glaubt, dann tippt einfach auf YouTube ein, David Schatarski, wir haben sogar ein Video mit ihm auf unserem Channel. Ja. So, fast alle unsere Kurz... Stimmt, so einer unserer ältesten Videos. Also, alle unsere Action-Kurzfilme, fast alle Action-Szenen sind auch von ihm, äh, choreografiert worden, weil er einfach der Heftigste ist. Und, dieser Typ, er ist, er ist, er ist der, für mich unumstritten, der moderne Bruce Lee und er ist einfach zu krank. Also, ihr müsst ihn wirklich kennenlernen, um zu wissen, wie krank er ist. Ähm, und so, ich bin der Meinung, so, er kann fast jeden ausschalten, so, wenn er will. Aber es ist der freundlichste Typ, den ich kenne, er ist so lieb und so harmlos, er will sich nie mit irgendwen prügeln, er ist, er ist immer lieb. So, und wenn ihm irgendwer unhöflich kommt, dann ist er sogar lieb zu dem. Ja. Einfach nur, um Stress aus dem Weg zu gehen. Ja, ja, voll. So, das ist für ihn wirklich die aller, allerletzte Lösung, wenn es nicht anders geht, wenn er sich jetzt unbedingt selber verteidigen muss. Mhm. Aber dann hat die andere Person echt schlechte Karten, Alter. Dann, dann ist, dann sieht es für die Person Kacke aus. Aber so, und das feiere ich, das feiere ich an Menschen, wenn sie krass in etwas sind und es nicht raushängen müssen und, ähm, und... So wie bei uns. So wie bei uns. Wir lassen es auch nie raushängen, dass wir eigentlich die krassesten sind, aber wir lassen es halt nicht raushängen. Ja, weißt du, was ich meine? Ähm, ja, und deswegen habe ich auch schon selber immer versucht, so, ich finde es halt dumm, sich zu schlagen, so. Ich sehe keinen... Also hast du dich noch nie geschlagen? Äh, ich musste mich ein, zweimal verteidigen, so. Aber ich habe nie, ich glaube, ich habe nie jemanden selber angegriffen. Also das letzte Mal war es irgendwie in einem Club, ähm... Irgendwie, da passiert immer Scheiße. Ja, ja, ja. Äh, mir sogar... Also ich bin der Meinung, ich habe eine ziemlich gute, ähm, Redekunst. Also so, ich habe es oft geschafft, Streitereien einfach, äh, mündlich zu klären, so. Also so, ja, einfach so mit denen zu reden. Ja, nee, voll. Und dem einfach aus dem Weg zu gehen, indem man einfach sich mündlich einigt. Weil so, jo, das ist am coolsten und dann ist alles gut. Mhm. Wozu schlagen? Ähm, aber das war halt so im Club und da war so ein Typ, der hat irgendwie so zwei so eine Girls bedrängt. Ich glaube, das habe ich schon... Egal, erzähl mal, ich glaube, ich kenne... Ich weiß das sogar davon, aber ich weiß nicht. Okay, also ich war mit so ein paar Freunden feiern. Ja. Und ich musste kurz mit jemandem reden. Ich habe denen gesagt so, jo, bleib mal ganz kurz bitte hier. Ich bin gleich da. Ja. Ich habe kurz mit der Person geredet, dreh mich um diesen weg. Ich so, Dinger, ich habe doch gesagt, bleib ganz kurz hier. Das ist auch nicht mal 30 Sekunden. Aber im Club ist immer so... Ja, ich weiß. Und so, dann bin ich alleine. Ja. Und dann laufe ich rum, um die zu suchen. Und laufe so einmal durch den ganzen Club und bin so hinten in irgendeiner Ecke, wo niemand ist. Das ist so eine kleine Sitznische gewesen und so links war so eine Raucherecke, aber da war gerade niemand. Das war so voll dunkel. Und dann sehe ich so zwei Mädels sitzen in dieser Nische und so ein Typ bedrängt die die ganze Zeit und die sagen die ganze Zeit, lass uns in Ruhe. Und ich sehe so, der hört die ganze Zeit nicht auf. Und ich bin jemand, wenn ich irgendwas sehe, wenn irgendwem Unrecht getan wird und die Person kann sich nicht wehren, dann so muss ich irgendwie halt mithelfen. Also so, natürlich bringe ich jetzt nicht unbedingt mein Leben voll in Gefahr, wenn ich der Meinung bin, so ey, das sind gerade fünf Typen, die einen bedrohen, dann versuche ich schnell Hilfe zu holen. Klar. Weil mich einfach dann nur reinzuschmeißen, dann würden wir uns einfach beide verprügeln. Ja, das bringt nichts. Ist vorbei. Aber so, ich bin da stehen geblieben, weil ich konnte da gerade nicht weggehen dann so. Und, aber ich wollte auch nicht direkt mich in irgendwas einmischen, was mich nicht angeht. Vielleicht war das der Freund von einem der beiden und die streiten sich nur ein bisschen und ich komme so auf einmal dazwischen und mache Stress. Ja, so, hey, hör auf, mit deiner Freundin zu diskutieren. Ja, so, hätte auch zum Beispiel, ich dachte, in dem Moment sind mir voll viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Es hätte auch sein können, dass er sie gerade betrogen hat, äh, nee, sie ihn gerade betrogen hat, er hat es gesehen und die streiten gerade. Und ich komme aus der Ecke und sage so, ey, lass die mal in Ruhe. So, weißt du? Sie darf machen, was sie will. Ja. Und deswegen bin ich einfach nur stehen geblieben, um weiter zu beobachten, was los ist, ohne erstmal was zu machen. Und ich habe aber gesehen, die sagen immer wieder klar und deutlich, lass uns in Ruhe. Und er fängt einfach, er fängt auf einmal an, so Sachen zu sagen, wie so, ich fick euch, bla bla bla, ich mache euch fertig. Und dann dachte ich so, okay, yo, das geht nicht klar. Und so, ich habe dann gesehen, er wollte auf die losgehen. Dann bin ich halt so dazwischen, meinte so, yo, ey, chill mal bitte. Und ich war so die ganze Zeit so, obwohl ich voll angeliedert von ihm war, habe ich versucht, so mit ihm freundlich zu reden, weil so, ich glaube, der war auch alkoholisiert und es bringt nichts, so einfach aggressiv auch auf ihn zuzugehen. Ja, voll. Und meinte so die ganze Zeit, ey, yo, ey, chill mal ein bisschen bitte und komm, geh runter, lass die in Ruhe und so, ey. Immer wieder so, ne? Ja. Und so, der hat die ganze Zeit so versucht, so gar nicht auf mich zu hören und immer wieder auf die loszugehen, so. Er hatte ein Glas in der Hand. Ja, sowas ist immer gefährlich. Und so, auf einmal schubst er mich und haut sein Glas irgendwie auf meine Hand kaputt. Die ist auch zerbrochen in Scherben. Hast du, ist irgendwas mit deiner Hand passiert dadurch? Äh, nee, zum Glück nicht. Okay. Aber ich wusste in dem Moment gar nicht, was gerade los ist. Ich war auf einmal plötzlich komplett unter Adrenalin und, ähm. Und dann hast du ihn zusammengeschlagen. Und dann habe ich ihn. Nee, aber ich war so, mir sind so viele Sachen durch den Kopf gegangen, weil ich war so, ich habe gerade eine Flasche in der Hand, der Typ ist alkoholisiert, ich weiß nicht, was er gerade macht. Ich weiß nicht, ob das ein Typ ist, der ein Messer hat. Also bei einer Schlägerei, deswegen so, halte ich mich auch sehr gerne fern davon, weil, ähm, eigentlich, wenn du überlegst, du weißt nie, wer vor dir steht. Ja, klar. Wenn du mit einer Person in eine Schlägerei gerätst, weißt du nicht, wozu die Person imstande ist, wie weit die gehen würde. Ja. Es gibt, es gibt mittlerweile einfach Leute, die, die für nichts ziehen die ein Messer raus und stechen dich ab. Ja, voll. Und es kann vielleicht einfach nur in der Windel bleiben, aber du kannst auch daran verrecken. Und so, deswegen, eigentlich, wenn du einen Kampf mit jemandem eingehst, musst du so denken, ey, entweder schalte ich die Person aus oder die mich. Heißt jetzt nicht töten, aber so kampfunfähig machen. Ja. So. Und so, mir sind viel zu viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ey, er ist besoffen, vielleicht hat er ein Messer und bla, bla, bla. Ich habe eine Flasche in der Hand gehabt. Ich habe so überlegt, ey, gebe ich ihm jetzt eine damit? Aber dann dachte ich so, nee, Alter, sondern wenn ich ihm mit der Flasche eine gebe, mache ich den Typen vielleicht blind. Ja. Und so, alles so für nichts, so will ich auch nicht machen. Dann habe ich sie halt fallen gelassen und dann habe ich mich halt dann gewehrt. Und wir haben uns so ein bisschen gekloppt und so ein bisschen hin und her. Und irgendwie lagen wir dann auf diesen zwei Sitzen. Die Mädels hatte ich schon weggeschickt. Und dann wurde es ganz intim. Und dann wurde es ganz intim irgendwie. Dann wurde es was ganz anderes. Er hat so die ganze Zeit versucht, so auf mich draufzulegen. Und ich habe ihn halt irgendwie so in so einem Würgegriff so weggehalten. Und er sagt nur so, endlich sind die Mädels weg. Ich habe schon den ganzen Abend darauf gewartet, Aria. Ich weiß nicht, welche Version besser wäre. Jedenfalls kam dann zum Glück auf einmal die Türsteher. Und dann war ich so ein bisschen abgefuckt, weil ich dachte so, ist immer so. Einer macht Stress, der andere wehrt sich nur. Die Türsteher kommen rein und werfen den Fall schon raus. Achso, haben die dich rausgebrochen? Oder so beide. Ich habe mich in dem Moment kurz abgefuckt, weil ich dachte, es käme so. Ja. Aber anscheinend war das so offensichtlich, dass ich mich nur gewehrt habe oder halt die Mädels wehren wollte. Ja. Und er, der, weil er war halt auch voll besoffen und ich hatte nichts getrunken. Und dann kamen die direkt rein, haben ihn direkt mitgenommen so. Er hat irgendwie noch versucht, mich weiter anzustressen, den Türsteher weiter anzustressen. Aber wurde halt einfach gepackt, rausgeschmissen. Zu mir meinte der Türsteher einfach nur so, danke. Und dann war cool. Danke, mein Sohn, dass du meinen Job erledigt hast. Ja. Aria, der Superheld. Okay, aber crazy. Dann treffe ich nur so die Kumpels, mit denen ich halt unterwegs war oder beziehungsweise nur einen von denen, Vic, kommt so aus irgendeiner Ecke. Hey Mann, was geht? Wo warst du? Einfach erst, dann, wo es vorbei ist. Ich so, wo wart ihr? Wo wart ihr? Ich war gerade in der Schlägerei verwickelt und ich war alleine. Keiner von euch war da. Wo wart ihr, Alter? Ich habe gesagt, wartet hier kurz. Also die waren so richtig weg. Die waren so richtig weg. Ich habe die, bis das vorbei war. Hat er die geglaubt? Ja, ja. Okay. Aber auch direkt so, ey, wo ist er, wo ist er? Ich so, ey, chill, scheiß drauf. Scheiß auf den Typen. Und dann, ja, und dann wollte er so, ey, okay, scheiß drauf, dann komm, gehen wir einfach und so. Und die Geschichte ist ein bisschen länger her. Und ich habe damals, ähm, gab es ein Mädchen dort, mit der ich mich treffen wollte. Und ich wollte, ich hatte sie da im Club gesehen und ich meinte so, ey, ich komme nachher noch mal zu dir und dann quatschen wir noch mal und tanzen eine Runde. Aber bleib dort, ich komme da hin. Sie so, okay. Und genau dann, als ich weggegangen bin, ist das passiert so. Dann waren die weg, ich komme da hin, Schlägerei, bla. Dann wollte er reinhauen und ich meinte so, ey, ich würde noch ganz gerne kurz mit ihr quatschen. Gehe da hin, ähm, quatsche kurz mit dir, wir tanzen ganz kurz und dann verabschiede ich mich und so, sie war so, sie hat mich die ganze Zeit so ein bisschen komisch angeguckt. Und, ähm, ich hatte bisher nur Vic getroffen, habe ich dir gerade erzählt. Und dann laufen wir jetzt so in Richtung raus, der hat denen Bescheid gegeben, ähm, so, dass wir jetzt gehen. Die wussten aber noch nicht, was los war so. Und dann komme ich so an und die sind so, ey, Aria, was hast du da für einen Knutschfleck, du Schlingel, was hast du denn gemacht? Ich so, was redet ihr, was für einen Knutschfleck? Naja. Auf deinem Hals? Und ich einfach nur so, wait a minute, ich renne direkt aufs Klo und gucke mich im Spiegel an, ein riesen lilaner Fleck, einfach so, also blauer Fleck, hier auf meinem Hals. Also lief's doch ein bisschen anders ab. Lief's doch ein bisschen anders ab. Der Typ hatte mich... Gepackt oder was? Äh, gewirkt. Ah. Und er hatte anscheinend so hart gedrückt, das habe ich halt in Adrenalin nicht gemerkt. Aber er hatte anscheinend so hart gedrückt, dass ich instant einen blauen Fleck davon bekommen habe. Hat die das dann mitbekommen? Höchstwahrscheinlich, weil das war voll im Blickfeld und sie war dann so voll komisch zu mir. Oh nein. Und so für sie ist so, ich sag so, ey yo, bleib da hinten, ich komm wieder und dann tatsen wir mit einem Knutschfleck wieder. Wie bin ich denn drauf so, weißt du? Hey, ich komm gleich wieder, kein Problem. Ja. Okay, jetzt können wir. Okay, ja kacke. Hast du's ihr jemals erklären können? Nein. Ah, okay. Willst du's so hier offiziell so einmal sagen? Ey, you know, nee, ist jetzt eigentlich egal. Okay. Es war kein Knutschfleck. Oder du hast mir die ganze Story ausgedacht, damit du so voll die ... Scheiße, warum ist mir sowas früher nicht eingefallen? So bei anderen. Ich hab mich ... Weil das kacke klingt. Ja. So, was ist das? Du hast deinen Knutschfleck. Äh, ich hab mich gerade geprügelt. Äh, weil ich zwei wehrlose Frauen verteidigen musste. Ja. Es war der Flyguy in dir, den gab's dann tatsächlich. Ja. Ja, krass. Äh. Häftig, Mann. Ich hab gar ... Ich wünschte, ich könnte jetzt auch sagen, ja, Mann, und bei mir war auch ... Nee, Mann. Ist doch scheiße. Ist doch besser. Ja. So, man weiß nie, wie die Dinge ausgehen. So, ich hab einige Freunde gehabt, bei denen ... Also, mein Bruder hat schon mal von jemandem Rüssel in den Mücken gewinnen. Weißt du? Nochmal was? Er hat ein Messer in seinen Rücken gestochen bekommen. Was? Echt? Ja, ja. Hä? Nein. Oh, ich glaub, meine Eltern wissen das gar nicht. Ich hoffe, die gucken das. Oh, nein. Saman hat ... Saman hat ... Saman hat ... Wenn ich flüstere, bringt das gar nichts. Nee, das drückt nichts. Saman hat schon mal ein Messer ... Weil du holst das Mic noch näher an. Saman hat schon mal ein Messer ... Ja, ja. Saman war früher ein bisschen unterwegs, so. Hä? Ja. Krasser Scheiß. Aber ja, du weißt ... Saman hat einen ganz anderen Licht. Saman ist immer so, wenn ich ihn sehe, yo, Jay, alles klar. Ihr müsst ihn mal sehen, dann so. Ich hab mal seinen Arbeitgeber hört mich auf diesen Podcast. Ja, der hat keinen Arbeitgeber, so. Er ist ja Freiberufler. Ach so, das klang grad so ... Ach so. Sehr bestätigend. Nein, nein, nein. Saman hat doch keine Arbeit. Nee, er hat keinen Arbeitgeber. Er hat Informatik studiert, hat seinen Master gemacht. Und ist sein eigener Arbeitgeber. Aber meinem Dad reicht's natürlich nicht so ... Oh, natürlich, aber du machst auch deine Doktor. Richtig? Ist das richtig? Nee, richtig. Ja, aber so ... Du musst Arzt werden und dein Doktor Titel ... Ja, du hast komplett verkackt. Ja, ich hab richtig verkackt. Weil, was ... Was machst du denn gerade? Ich hab gar nichts von ihm gemacht, was meine Eltern wollten. Du sitzt hier ... Ich sitze hier und nehme Podcasts auch. So, ich glaub, mein Dad hat sich damals ... Das nicht so vorgestellt. Ja. Ja. Ich glaub, bei mir ist das ... Bei mir war das immer komisch, weil ... Kurdisch? Kurdisch war's bei mir hauptsächlich, ja. Nee, Mann. Ich bin leider ... In welchem Teil von Amerika? Ich bin leider kein Kurde, tut mir leid. Kurdistain? An alle, die kurz ... Du weißt, Kurden sind immer so ... Einer von uns! Jay ist kein ... Nee, bei mir in der Familie war das immer so ... Mir wurde immer gesagt, ich kann werden, was ich möchte. Aber ... Werd mal das und das. Und was solltest du werden? Was ich werden sollte oder wollte? Nee, was du werden solltest. Nee, ich sollte halt zur Schule gehen und sollte halt den ganzen Prozess halt machen. Den Prozess, den man halt machen muss. Der so in der Gesellschaft, den man machen muss. Aber was komisch ist, weil ich hab schon immer gesagt, ich wollte halt Filmregisseur werden, hab ich früher mal meiner Mom auch gesagt und meinem Dad. Und die waren immer cool damit. Aber mir ist halt irgendwann aufgefallen, also klar, du kannst es studieren, aber in den meisten Fällen ist halt Film eher so eine Branche, wo ... Also, ne doch, also, nein, nein, nein. Man muss, man kann und sollte es sogar studieren, aber es ist eigentlich eine Branche, wo entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Und wenn du es kannst, dann kannst du es halt ... Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also, so ein Studium ist halt einfach so ein guter Wegbegleiter, der dir einfach noch mehr Knowledge dazu gibt. Aber du solltest schon selber die Leidenschaft dafür haben. Also, ich glaub, das Papier an sich bringt dir da ... Vielleicht irre ich mich auch grad komplett, aber ich hab das Gefühl, Papier von dem Abschluss in der Filmbranche ... Bringt dir nichts. Bringt dir relativ wenig. Nee, also heutzutage vor allem nicht mehr. Heutzutage, ähm, was ich auch ehrlich gesagt gut finde, also so, ich fand das schwachsinnig, früher Menschen nur anhand eines Zertifikats zu bewerten. Natürlich gibt es Fälle, in denen das sein muss. Ja. Wie zum Beispiel von einem Arzt willst du nicht, oder schlimmstenfalls von einem Chirurg willst du nicht behandelt werden, der nicht wirklich sein Fach gelernt hat. Ja, der einfach nur so autodidaktisch so ... Ja, ich glaube, wir durchtrennen einfach die rote Schnur und dann ... Die sind alle rot! Die sind alle rot! Nee, aber so Handwerker ... Oder du willst auch dein Auto nicht jemandem anvertrauen, der es nicht wirklich kann, so. Es gibt schon Sachen, wo du ein Proof haben willst. Aber künstlerische ... Ey, der verkackt mein Leben nicht. Aber vor allem künstlerische Sachen, wo es nicht um Leben und Tod geht, sondern um Geschmack und um Entertainment, musst du halt einfach ... Finde ich es besser, wenn es danach geht, dass es um dein Können geht. Ja. Und nicht, um was für einen Abschluss hast du. Das heißt aber, wenn du einen Abschluss hast und dadurch extrem gut bist, dann ja, klar, dann solltest du auf jeden Fall auch am Start sein. Aber Leute, die halt zum Beispiel einen Abschluss machen und nicht gut sind, sollten jetzt nicht bevorzugt werden gegenüber denen, die keinen Abschluss haben, aber es Todes drauf haben. Genau. Nee, so zum Beispiel Schule sollte man auf jeden Fall machen, weil eine grundlegende Bildung, bin ich der Meinung, ist einfach erforderlich, egal, was du machen willst. Ist auch Pflicht. Ist auch Pflicht und das finde ich auch super. Darüber hinaus Studium und weiteres. Bin ich jemand, ich sage so, vor allem heutzutage ist es so ein Studium, früher war das, glaube ich, so, ein Studium hat dir einen krassen Job garantiert. Aber heutzutage studieren so viele, dass es einfach nicht mehr reicht, dass du einen Bachelor oder einen Master hast, um sehr wohlverdient zu sein oder einen guten Job zu bekommen. Deswegen sage ich so, ich bin ein Fan von eigenem Weg gehen. Also so, ich bin ein Fan von einer eigenen Vision haben und diesen Weg gehen. Und wenn du zum Beispiel das und das erreichen willst und siehst, ey, es gibt ein Studium, das ermöglicht mir, das Wissen zu erlangen, was ich für meine Vision brauche, um das und das und das zu schaffen, dann, hey, voll cool. Aber was ich weniger cool finde ist, und das ist auch keine Kritik, sondern eher ein gut gemeinter Rat, einfach, dass man nicht einfach nur studiert, um zu studieren und so ... Eigentlich interessiert es einen gar nicht, oder? Ja, so, ey, ich weiß gar nicht, was ich ... Ja, ich meine, man, ich muss ja studieren, ich sollte ja studieren. Also jeder sagt, ich sollte studieren. Also ich weiß auch nicht, was ich studieren will, dann nehme ich halt irgendwas und studiere jetzt das. Kommunikationswissenschaften. Oder BWL ist so, glaube ich, dafür das Beliebteste, wenn man nicht weiß, was man studieren will. Manche wissen es auch, ich habe auch schon ein paar kennengelernt, die wollen so irgendwas mit Finanzen machen und haben gesagt, ey, ich werde jetzt BWL studieren und dann verstehe ich diesen Bereich noch besser und dann kann ich meine Firma aufbauen. Ey, Bombe, mach das. Also das ist halt aber auch nochmal das Ding, da muss man natürlich auch nochmal differenzieren, weil wir sind ja, wir arbeiten ja freiberuflich und wir sind so eher mit der Mentalität, dass wir das wollen, aber nicht jeder will das und nicht jeder sollte das machen auch. Weißt du, ich meine, so... Klar, natürlich, wenn du es willst, aber ich habe das Gefühl, dass viele etwas wollen, aber nicht wirklich wissen, wie sie da hinkommen oder vor allem zu sehr von einer Umgebung beeinflusst sind, die feste Strukturen immer fahren möchte und denkt, es gibt ein Konzept, wie ein Leben ablaufen muss. Du gehst zur Schule, dann machst du so schnell wie möglich dein Studium, weil du musst studiert haben, um ein erfolgreicher Mensch im Leben zu sein. Dann lernst du deine Frau früh genug kennen, heiratest, gründest eine Familie und bekommst Kinder und dann arbeitest du und so weiter und so fort. Bis du alt bist. Und dann stimmst du. Und ich habe das wirklich sehr oft erlebt, dass Leute das... Ey, ich habe absolut nichts dagegen, wenn jemand es so will. Ja. Das ist voll cool, wenn du so glücklich bist. Es gibt auch viele, die sagen so, nein, du musst das machen und du musst für deine Träume kämpfen und so. Nee, wenn es dein Traum ist, einfach ein ganz normales und sicheres Leben zu finden. Aber wenn es dich wirklich erfüllt und sagst, ey, ich will früh eine Frau haben, ich will das studieren und ich will dann arbeiten und einmal im Jahr im Urlaub sein. Und ich habe genug Zeit, um die mit meiner Familie zu verbringen und mein Job macht mir Spaß. Ey, Bombe, mach das. Aber ich habe das Gefühl, ich habe viele Leute kennengelernt, die das nur machen, weil sie denken, es muss so sein, es wurde ihnen vorgeschrieben. Und wenn du einfach mal in die Vergangenheit blickst, da siehst du auch, dass die Menschen sehr stark Rollen, die vorgegeben wurden, gelebt haben und es jetzt auch immer mehr Freigeister gibt und das auch immer mehr aufbricht. Früher gab es halt zum Beispiel noch mehr diese Rollenaufteilung so, ey, eine Frau muss ja eine Hausfrau werden und auf ihre Kinder aufpassen und der Mann muss ja die Brötchen nach Hause bringen. So früher haben Leute nur, ey, es war verpönt, wenn du nicht so gelebt hast. Ja, voll. Und das ist jetzt schon aufgebrochen und ich bin der Meinung, dass auch langsam immer mehr und mehr andere Glaubenssätze aufbrechen, die irgendwie versuchen, einem ein bestimmtes Leben vorzugeben, wie du es zu tun hast. Und das finde ich gut, damit einfach jeder mehr zu dem findet, was er wirklich, was ihn wirklich glücklich macht oder sie glücklich macht, statt irgendwas zu leben, weil er denkt, es wird von der Gesellschaft so vorgehen und so muss es richtig sein. Ja, voll. Ja, sehe ich sehr ähnlich. Komisches Ende? Ja, aber es wurde auch immer so ein bisschen zu deep wie dieses Podcast. Ja, manchmal hat Ari ein Thema gefunden und dann ist er drin und redet sehr lange. Nicht zu lange, nur sehr lange. Nee, also wobei, jetzt war es sogar wirklich zu lange, weil wir hätten schon vor zehn Minuten losgemusst. Das heißt, die Kamera läuft wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Oh. Das heißt, die Audio-Freunde sind fertig für heute und melden sich höchstwahrscheinlich sehr bald mit einer neuen Folge. Warte mal kurz. Hast du gedacht, ich habe uns gerade Audio-Freunde genannt? Ach so. Ich meinte eigentlich, die Leute sind zu Hause. Ach so. Okay, Leute. Und wieder die Audio-Freunde. Okay, ja, genau. Also ich bin Jay, das war Arie. Nee, ich bin Jay und das ist Arie. Ja, ich war nicht Arie. Genau, das war der eigentlich ganz gute Podcast. Falls irgendwer uns sponsern möchte, dann tut das. Link zu unserem YouTube-Channel und unseren Instagrams in der Videobeschreibung. Es sei denn, ihr habt nur die Audio-Version. In dem Fall folgt mir at jaysamuels oder arie at aria-lie. Genau. Ansonsten würden wir sagen, bis nächste Woche. How to reason. Pa, 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 Pi. Sann. Vielen Dank.